Feuerwerksverbot an Silvester. Erneut verbietet die Polizei Hamburg das Mitführen, Abbrennen und Verwenden von Feuerwerkskörpern rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt. Das Verbot umfasst alle pyrotechnischen Gegenstände mit Ausnahme von Kleinstfeuerwerken, also beispielsweise Knallerbsen und Wunderkerzen. Zum Jahreswechsel 2019-20 war ein solches Verbot rund um die Binnenalster erstmals erlassen worden. Die Allgemeinverfügung gilt vom 31. Dezember 18 Uhr bis zum 1. Januar um 1 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten darf ohnehin im gesamten Stadtgebiet nicht geböllert werden. Die Polizei wird in der Silvesternacht wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz sein.